In der österreichischen Eisenbahngeschichte hat die Westbahn ein eigenes Kapitel geschrieben, das von Aufstieg, Wettbewerb und Expansion erzählt. Gegründet im Jahr 2008 als mehrheitlich private Alternative zu den österreichischen Bundesbahnen, wagte die Westbahn 2011 den Schritt auf den frisch liberalisierten Markt. Der Fokus lag zunächst auf der Verbindung zwischen Wien und Salzburg, wo das Unternehmen mit modernen Doppelstockzügen und einem guten Service punktete. Mittlerweile wurde das Angebot bis nach Innsbruck, Bregenz und München erweitert und auch neue Züge aus China sollen bald unterwegs sein. Entgegen anfänglicher Skepsis etablierte sich das Unternehmen auf seinen Strecken in den letzten Jahren als ernsthafter Konkurrenz zu den ÖBB und plant bereits weitere Verbindungen. Ab dem Fahrplanwechsel Ende des Jahres geht es auch nach Stuttgart. Mittelfristig möchte man außerdem nach Klagenfurt über die Südstrecke und auch der Deutschen Bahn zwischen München und Frankfurt Konkurrenz machen. Hinter dem aktuellen Erfolg steckt aber eine wechselhafte Unternehmensgeschichte. Warum die Westbahn trotz dessen heute in einer kräftigen Zukunft blicken kann, beleuchten wir in diesem Beitrag. Wir sehen uns an, was die Westbahn ist, wie sie in ihre aktuelle Position kam und beleuchten natürlich geplante und mögliche Expansionen für die Zukunft. Die europäische Bahnliberalisierung versprach mehr Wettbewerb, niedrigere Preise und steigende Qualität bei den europäischen Bahnen. In den 90er Jahren angestoßen, dauerte es seine Zeit, bis die Richtlinien zur Trennung von Infrastruktur und Betrieb auch tatsächlich umgesetzt werden und Wirkung entfalten konnten. Viele staatliche Konzerne befürchteten das Schnelle Hervorspriesen vieler neuer privater Eisenbahnverkehrsunternehmen und nutzten viele Mittel, jenen Akteuren den Markteinstieg zu versalzen. Ungünstige Trassenlagen oder plötzlich angehobene Trassenentgelte zur Nutzung der staatlichen Infrastrukturen sind die Mittel, die lange Zeit angewandt wurden. Bis heute zeigen sich diese Auswirkungen in Mittel- und Westeuropa. Kaum ein Land verfügt über eine ernsthafte Konkurrenz im nationalen oder gar internationalen Fernverkehr gegenüber der jeweils eigenen staatlichen Bahngesellschaft. Ob das nun gut oder schlecht ist, darüber spalten sich zu Recht die Meinungen. Dass viele der privaten Anbieter, etwa in Deutschland, schnell wieder verschwunden sind, scheint am Kapital zu liegen, denn FlixTrain findet im Gegensatz dazu offensichtlich seinen Weg. In Tschechien gibt es etwa bereits seit über 10 Jahren gleich doppelte Konkurrenz für die staatliche Czeske Drahi. Und eben auch in Österreich, denn schon 2008 wurde die Railholding AG mit einer operativen Tochter der Westbahn GmbH gegründet. Das Licht der Welt erblickte der erste Zug der neuen Gesellschaft Ende 2011, als die Westbahn ihren Betrieb, wenig verwunderlich, auf der frisch ausgebauten Weststrecke zwischen Wien und Salzburg aufnahm. Das Kapital kam hierbei von den Anteilseignern, insbesondere dem österreichischen Bauunternehmer und Investor Hans-Peter Haselsteiner. Auch der ehemalige ÖBB-Personenverkehrsvorstand Wehringer und die schweizerische Oldrow AG waren mit im Boot. Nach einigen Änderungen liegen die Anteile heute zu 49,9% bei Haselstanners Privatstiftung, zu 32,7% in der Stiftung von Erhard Grosnick, der aktuell die Sanierung des Signer-Konzerns verantwortet, und zu 17,4% bei der französischen Staatsbahn SNCF. Deshalb ist stets die Rede von einer mehrheitlich privaten Gesellschaft. Den Markt betrat die Westbahn mit einer für private, eher ungewöhnlichen Art. Es wurden neue Fahrzeuge eingesetzt, teils mit innovativen Konzepten, um zur staatlichen Konkurrenz, die damals neu den Railjet einsetzte, eine attraktive Alternative zu bieten. Mit Annehmlichkeiten wie WLAN und Einzelsteckdosen an jedem Platz und etwa bequemen Ledersitzen zu, teils sehr günstigen Preisen, katapultierte sich der Newcomer schnell ins Rampenlicht. Beschafft wurden zur Betriebsaufnahme nämlich sieben sechsteilige Stadler KISS 1 Garnituren mit rund 500 Sitzplätzen, die bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Gefahren wurde zwischen Wien-Westbahnhof und Salzburg, beziehungsweise anfangs Freilassing im Stundentakt, mit Zwischenhalten in Wien-Hütteldorf, St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels, Adnang-Pocham und Verklöpprock. 2015 wurden dann ein weiterer sechsteiliger, sowie neun vierteilige KISS 2 bei Stadler bestellt. So konnte dann ab Dezember 2017 ein Halbstundentakt zwischen unterschiedlichen Bahnhöfen in Wien und Salzburg angeboten werden. Die Linie zwischen dem Westbahnhof und Salzburg nannte sich West Green, während die dann ergänzenden Fahrten als West Blue bezeichnet wurden und anstelle von Wien-Hütteldorf und dem Westbahnhof die Strecke über Meidling und weiter über den Hauptbahnhof sowie die S-Bahn bis zum Praterstern fuhren. Über die Jahre machte das Unternehmen allerdings mehr und mehr Minus, weshalb 2019 ein weitreichender Beschluss fiel. Bis dahin waren über 80 Millionen Euro an Verlusten angehäuft, weshalb nun die gesamte Fahrzeugflotte verkauft werden sollte. In einem Bieterverfahren wurden alle 17 Garnituren schlussendlich durch die Deutsche Bahn erworben, die zu diesem Zeitpunkt Wagenmangel hatte und die Fahrzeuge bekanntlich zunächst zwischen Rostock und Dresden einsetzte. Die ersten neun Züge gingen sofort nach Deutschland, was dazu führte, dass die West Blue Linie über die S-Bahn nunmehr gestrichen werden musste und es beim Stundentakt zum Westbahnhof blieb. Die restlichen Fahrzeuge gingen in einem zweiten Schritt dann 2021 an die DB. Gleichzeitig bestellte die Westbahn wiederum 15 neue, fast baugleiche KIS-3-Garnituren bei Stadler, die dem Vernehmen nach wohl recht günstig zu erhalten waren, dass sie an einer laufenden Bestellung für die ungarische Staatsbahn angehängt werden konnten. Es ist anzunehmen, dass die Westbahn das Projekt als finanziellen Befreiungsschlag nutzte, da auch die Kreditzinsen zu diesem Zeitpunkt sehr niedrig waren. Die DB musste scheinbar einen recht üppigen Kaufpreis für die alten KIS-Züge gezahlt haben. Schulden hat die Westbahn aber auch noch heute. Die 15 brandneuen Fahrzeuge wurden dann 2021 geliefert, wobei der Halbstundentakt dann eben wieder aufgenommen wurde. Allerdings ausschließlich zum Wiener Westbahnhof. Ins Zeitfenster der Neubeschaffung fiel bekanntlich aber auch die Corona-Zeit. Die Monate April 2020 bis Juli 2021 waren gekennzeichnet durch zusätzliche Halter in Wien-Meidling, Tullnerfeld und St. Valentin. Begründet darin, dass die Westbahn und die ÖBB gegenseitige Tickets anerkannten. Mit staatlicher Unterstützung schaffte es das mehrheitlich private Unternehmen durch die Pandemiejahre und insbesondere seit der Neubeschaffung der KIS-3 boomt das Geschäft. Ein Grund dafür ist das Klimaticket, mit welchem von seinem Beginn Ende 2021 an auch die Züge der Westbahn genutzt werden können. Aber auch Annehmlichkeiten wie eine kostenlose Reservierung zu praktisch jedem Ticket, das Gratis-Upgrade in die Comfort Class 2 Plus für Klimaticket-NutzerInnen und das Sammeln von Westpunkten, die für Snacks, Fahrkarten und Upgrades eingelöst werden können, führten zu einem deutlichen Fahrgastwachstum. Dieses Momentum nutzte die Westbahn, um ihr Angebot über ihre Stammstrecke hinaus zu erweitern. Seit April 2022 verkehren nämlich erstmals Züge abseits der angestammten Weststrecke. Täglich bis zu sechs Fahrten wurden über Salzburg hinaus bis nach München verlängert. Ende 2022 stand dann der nächste Schritt an. Fünftägige Zugpaare gehen seitdem auch nach Innsbruck. Und im darauffolgenden Jahr, also Ende 2023, wurde dann eine lang gehegte Vorstellung wahr. Ein Zugpaar zwischen Wien und Bregenz über Salzburg und Innsbruck. Die Anstrengungen lohnen sich. Im Jahr 2023 haben rund 7,7 Millionen Fahrgäste die Westbahn genutzt. Ein Plus von 34% gegenüber 2022. Mit einem Gesamtumsatz von 120 Millionen Euro hat die Railholding AG das umsatzstärkste Geschäftsjahr ihrer Geschichte abgeschlossen. Insgesamt erwarte man einen Gewinn von über 10 Millionen Euro. In diesem Jahr gibt es nun weitere Pläne zur Entwicklung. Einerseits die Erhöhung der Belegschaft um 20% auf 350 Mitarbeitende, andererseits auch weitere Expansionen. Ab Dezember soll es eine zusätzliche Tagesrandverbindung nach Bregenz geben und die Fahrt dorthin um eine Stunde verkürzt werden. Das wird durch neue Trassenlagen ermöglicht, sodass eine schnellere Fahrt trotz Beibehalten aller Unterweishalte möglich ist. Außerdem ist ein gänzlich neuer Streckenteil geplant. Von Wien geht es ab Fahrplanwechsel über München, Augsburg, Günzburg und Ulm bis nach Stuttgart. Zweimal täglich in unter 6,5 Stunden auf der Gesamtstrecke. Auch wurde verkündet, langfristig auf der Südbahnstrecke unterwegs sein zu wollen. Man sieht dort einen potenziellen Markt, kann die Strecke vor Fertigstellung des Semmering-Basistunnels jedoch nicht mit den eigenen Doppelstockzügen befahren. Man braucht, um hier über den Semmering zu fahren, einstöckige Fahrzeuge. Die haben wir aktuell nicht. Und Fahrzeuge mit einer Qualität, die dem Konzept der Westbahn entsprechen, in kürzester Zeit zu beschaffen, egal ob das jetzt ein Kauf oder eine Miete ist, das ist nicht leicht. Hier sind wir in Gesprächen, aber es wäre hier verfrüht, irgendetwas zu sagen. Die Tatsache ist, wir wollen in den Markt, auch schon vor Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels, ob wir das tatsächlich bewerkstelligen können, werden die nächsten Monate zeigen. Mit den vorhandenen Expansionsplänen wirft sich überhaupt die Frage nach langfristig mehr Fahrzeugmaterial auf. Denn nur die Expansionen in diesem Jahr können noch mit den bestehenden 15 Zügen gestemmt werden. Schon jetzt wurden einige Verbindungen auf einen Stundentakt reduziert, um die Expansionen zu ermöglichen. 2019 wurde bekannt, dass die Westbahn das chinesische Unternehmen CRRC mit dem Bau von vier Doppelstockzügen beauftragt hat, um sie dann hinterher zu leasen. Das Angebot hierfür war wohl wesentlich günstiger als jenes der europäischen Unternehmen. Diese europäische Industrie versetzt eine solche Bestellung in China natürlich in Aufruhr. Schließlich ist der weltgrößte Eisenbahnhersteller CRRC stark subventioniert und ein europäischer Marktanstieg könnte negative Folgen für die hiesigen Unternehmen haben. Bislang sind einige CRRC-Züge ausschließlich in Osteuropa im Einsatz. Die Westbahn wäre die erste Bahngesellschaft Mitteleuropas mit chinesischem Rollmaterial im Personenverkehr. Abgesehen von den wirtschaftlichen Fragen lassen sich natürlich auch moralischer Stellen. Etwa, ob man einen Hersteller aus einem Land beauftragen will, welches Menschenrechte stark beschneidert. Die vier Züge befinden sich aktuell und schon länger auf Testfahrten. Hier werden, wie das bei allen Fahrzeugen üblich ist, gewisse Tests absolviert. Wenn die dann abgeschlossen sind, wird zur Zulassung eingereicht. Dort sind wir noch nicht, die Testfahrten laufen. Man kann auch, glaube ich, braucht man kein Geheimnis daraus machen, der ursprüngliche Zeitplan hat anders ausgesehen. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Heuer wird es nicht sein. Zulassungen für Österreich, Deutschland, Ungarn und die Slowakei werden angestrebt. Das wiederum mag noch von weitreichenderen Plänen der Westbahn zeugen. Möglicherweise gibt es einmal eine Verbindung nach Bratislava oder Budapest. Diese Ziele haben aber, ebenso wie eine mögliche Erweiterung nach Zürich, aktuell keine Priorität. Dafür hält man auch die innerdeutsche Verbindung zwischen München und Frankfurt für marktseitig interessant. Wir sehen jedenfalls im ersten Schritt noch weitere Angebotsverdichtungen, vielleicht auch neue Destinationen noch weiter in den deutschen Markt hinein. Da ist Frankfurt so irgendwo der westliche Endpunkt, wo wir sagen, über Stuttgart hinaus, also München, Stuttgart, Frankfurt, wäre sicherlich etwas, was marktseitig interessant wäre. Nicht jetzt für die Gesamtrelation von Wien, aber eher dann auch im innerdeutschen Verkehr. Dann ist es natürlich auch unser Ziel, dass wir das Angebot zwischen Wien und Salzburg auf einen durchgehenden Halbstundentakt vollständigen. Dazu braucht es dann auch neue Fahrzeuge, das ist klar. Und wir würden dann perspektivisch auch nach Innsbruck und nach München einen durchgehenden Zwei-Stunden-Takt anbieten wollen. Klar ist, die Westbahn hat sich im österreichischen Markt etabliert. Es ist offensichtlich, dass das Fahrgastaufkommen auf der angestammten Weststrecke ohne das Unternehmen mittlerweile nicht mehr zu bewältigen wäre. Nach zwölfeinhalb Jahren operativen Betrieb kann man sagen, die Westbahn ist erwachsen geworden. Verschiedene Innovationen haben dem Unternehmen geholfen, sich zu positionieren. Mittlerweile ist man zudem Mitglied in mehreren Verkehrsverbünden, was die Attraktivität, mit der Westbahn zu fahren, weiter stärkt. Seit August 2023 ist man etwa im VOR dem größten Verkehrsverbund Österreichs Mitglied. Außerdem im oberösterreichischen Verkehrsverbund, dem Salzburger Verkehrsverbund, sowie dem Tiroler und dem Verarlberger Verkehrsverbund. Außerdem wird als Anreiz ein Preisnachlass auf Tickets für InhaberInnen von ÖBB Vorteilskarts oder DB Bahnkarts gewährt. Die weitere Entwicklung der Westbahn dürften viele Akteure gespannt verfolgen, denn ein vergleichbares Unternehmen sucht man in Mittel- und Westeuropa vergebens. FlixTrain hat in Deutschland etwa in den letzten Jahren zwar ein solides Netz aufgebaut und der DB den Preiskampf angesagt, fährt allerdings mit modernisierten Altwagen, denen man ihr Alter doch ansieht. Beispielsweise fehlt eine Klimaanlage. Die Westbahn ist hingegen mit modernen Neufahrzeugen unterwegs, die sich in einigen Punkten positiv von jenen der Staatsbahn absetzen, was für die Reisequalität und den Komfort schon einiges ausmacht. Wie seht ihr das? Was sind für euch die Entscheidungskriterien bei der Wahl des Bahnunternehmens, falls ihr sie überhaupt habt? Eher höhere Qualität oder ganz pragmatisch der Preis? Diskutiert darüber gerne in den Kommentaren. Unsere Kanalmitglieder finden übrigens das gesamte Interview mit Thomas Porsche hier auf YouTube. Darin sprechen wir unter anderem auch darüber, wieso die Verbindungen zum Praterstern nicht zurückgekehrt sind und wie man der sinkenden Pünktlichkeit entgegentreten konnte. Dieses Video endet hier. Damit herzlichen Dank für das Interesse und auch den Wunsch nach diesem Thema. Gerne bis nächste Woche Freitag.